So, ich befinde mich jetzt hier gerade im... nicht der Halle der Erinnerung, sondern wenn man auf Hell drückt und dann PvP die Nebel betreten. Hier bin ich. Und ins WVB kommt man über dieses tolle Asura-Portal an. Das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren mit meinem Schurken. Ich habe mich hier ein bisschen geskillt. Na, hier wollte ich den skill. So, ein bisschen schneller rennen. Ich mache das mal in der Geschlechtangriff. Die Viehs sind hier noch mal ein bisschen schneller bewegen, glaube ich, oder? Wollte ich da was anderes? Ne, ich glaube, da wollte ich das schneller bewegen. Okay, Gott, los geht's. Ewiges Schlachtfeld. Gucke ich mich hier jetzt mal noch kurz ein paar Minuten um, dass ich das WVW mal gesehen habe. Man weiß ja nie, vielleicht ist es ja ganz lustig. Ich denke zwar, dass Schurken jetzt im WVW nicht die mega geilsten sind, da viele Gegner AOE-Schaden benötigen, aber schauen wir da einfach mal. Okay, ich war drauf und das lädt wieder. Hm. 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 Wo geht denn hier jetzt wohl der Punk ab? Gut, laufen wir einfach mal eine Runde. Ähm. Okay, ja, WVW ist dann wohl nicht mit meiner tollen Skillung, die ich gerade gemacht habe, sondern mit unserer PVP-Skillung stimmt, ja. Da dürfte ich jetzt ein einfaches Nulles sein. Hm. Aber einfach mal hier so ein bisschen rumlaufen, sich das Ganze anschauen, kann ich auch machen. Mal gucken, ob hier schon gekämpft wird, weil hier so viele Leute sind, das wäre ganz lustig. Ich bin zwar wie gesagt ziemlich sicher, dass ich ein einfaches Ziel bin, weil kaum Flüssigkeiten und alles, aber meistens nie. So. Ich bin nur auf die Hände. 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 Okay, also ich weiß nicht wie wir den Sperr kippen sollen, der wirklich ist ganz so lange nicht besiegbar. Das hier mal. Wir haben den ersten Gegner gesiegt. Die Sache wird ernst. Ich hätte mich vielleicht interessieren, wie man hier reinkommen soll. Da kamen jetzt wieder neue Waffen. Auch mit irgendwelchen Belagerungsgeräten. Hier ist ein kleinerer Außenpost und vielleicht lässt sich der leichter einnehmen. Wobei da jetzt Gegner draufstehen. Oh, da hat sich schon die Bühle versammelt. Wie ist sie bisher? Oh, da wird die Bühle versammelt. Das war's für heute. Dann füchst ich auch, ich weiß, dass er noch nicht so gut ist. Ich sehe, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut ist. Und wir sind auch schön in der Mitte Hilde rein, da kann man dann schon mit seinem Sofort ein bisschen Spaß haben, denke ich. Und so allein ist es jetzt nicht so der Börner. Vor allem das Tor geht da mal kein Stück nieder, oder? Naja, ich glaube, ich lasse es dann im DvB auch mal gut sein. Dann komme ich da wieder raus. Na, ich bin nicht im Kampf, ich weiß, ob die Hilde bleibt. Dann bin ich aus dem Kampf, jetzt. Gut. Okay, soviel zum BVW. An sich sieht es ganz lustig aus. Man hat hier dann auch seine Waffenhändler, wo man sich ein bisschen ausrüsten kann. Seine Ausbilder für Fähigkeiten und alles drum und dran. Und wie gesagt, die Karte wirkt relativ groß. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden, da einfach rumzurauschen. Also hier, das ist schon... Wow! Ewige Schlachtfelder. Hier das Feld PVP. Also, wenn man hier ein bisschen unterwegs ist und sich damit beschäftigt ist, ist das bestimmt eine ganz lustige Angelegenheit. Gut. Soviel dazu. Das war's dann mit BVW. Alles gut. Soviel. Vielen Dank.